Ihr stellt euch jetzt alle an, an den sogenannten Teststraßen. Warum? Also ihr seid alle gesund, weil es ist ja auch verboten, sich dort anzustellen, wenn man krank ist. Ihr lasst euch einreden, dass ihr als ein Gesunder jemand anderen anstecken könnt, ohne das zu wissen. Warum? Ein Gesunder Mensch kann niemanden anderen mit einer akuten Atemwegserkrankung anstecken. Punkt, Absatz, Basta. Ihr seid symptomlos, ihr übersetzt es einmal, das heißt gesund, und glaubt, ihr seid krank? Warum? Ihr seid symptomlos und somit könnt ihr niemanden anstecken. Deshalb seid ihr auch nicht infektiös. Da fährt die Eisenbahn drüber. Punkt. Wie kommen wir dann aus der Sache wieder raus? Also ist das jetzt dann in aller Ewigkeit so, dass jeder den anderen anstecken kann? Müssen wir jetzt jeder jeden Tag ein PCR oder sonstige Tests machen? Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Wie stellt sich euch das eigentlich vor?